Ok, da kriegt man wirklich nicht schneller irgendwie Zeug her. Ah doch, eine Wabe habe ich jetzt. Cool. Und die Automatisierung funktioniert. Yay. Muss man eigentlich den Backpack auf der Hotbar haben, damit er funzt? Du meinst den... Forestry? Ich glaube, solange du den auf Einsaugen hast, ist das egal. Aber ich habe ihn seit einer Ewigkeit nicht mehr genutzt, also... Er muss nur ein Inventar sein, also Knapsack geht nicht. Ich benutze ihn gerade für die ganzen Mob Drops, weil es regt mich auf, dass die mein Inventar vollsaugen. Oh, Fledermaus. Es landet jetzt alles im Waufen Hunters Backpack. Das ist natürlich praktisch. Hm, einen haben wir noch. Ja, aber so praktisch auch wieder nicht. Weil das verbraucht mir einen Inventarplatz. Ja, eins, eins. Und so viel kämpfe ich ja doch nicht. De facto endlich gar nicht. Kein Wassereimer. Können wir eigentlich schon Tesserakte bauen? Ja, haben wir sogar schon. Haben wir da noch zwei Energie-Tesserakte? Äh, es gibt keine verschiedenen Tesserakte mehr, das ist alles über eins. Ach so. Und rein theoretisch, ja, wenn wir die Lava nicht mehr brauchen. Wie, wenn wir die Lava nicht mehr brauchen? Wenn wir jetzt vollkommen auf Reaktor umstellen wollen. Apropos Reaktor. Wie voll ist denn der inzwischen? Nur noch nur 34%, hä? Voll womit? Äh, voll mit Plutonium. Ah. Oder was denn sonst? Ja, das ist Standardmaterial. Was man also in Reaktoren reinpresst. Heißt das nicht Plutonium? Ja, fand ich doch gerade. Ach so, ja. Also ich hab Plutonium verstanden. Ja, ich auch. Du hast B wieder so hart ausgesprochen. Machst du ja manchmal, wenn auch sehr selten. Ah. Ich leuchte mal ein bisschen aus. Das wär's lebenswürdig. Verhält man eigentlich seine Items, wenn man die in diese komische Exotings da reinlegt? In diese, in diesen Knapsack da? Wie meinst du das? Ja, wenn man jetzt stirbt zum Beispiel und man hat Items in diesen Sack drin. Dann verlierst du den Sack und die Items fallen dazu noch aus dem Sack raus. Oh, schade, okay. Da wär ich mir unsicher, weil die Herzen... Das ist mir schon passiert. Das ist mir schon passiert. Eben, deswegen haug ich ja. Ach so, okay. Ich bin mit dem Sack schonmal gestorben. Du Sack. Ja, ja. Ein Sack ist schonmal gestorben. Mit mir, ja. Oh, komm. Bitte. Ja, ja. Fängt das wieder an. Mhm. Au. Hallo? Warum greift mir jetzt der Enderman an? Hallo? Was ist denn los hier? Hast du inzwischen ausprobiert, ob die Spikes man... Ob die Spikes einziehbar sind? Ach so, stimmt. Ich wusste, da war was, aber... Dann hab ich's vergessen. Dann frag nach. Nachfragen ist anstrengend. Nachfragen ist anstrengend. Wo hast du denn die Drawbridges hinten? In der Kiste hinter den Barrels bei der Farm. Äh, Mobfarm. Genau, ich wusste, ich hab die schonmal gesehen. Wo ist denn hier? Du? Und äh... Wo ist die Kiste? Hinten über den Barrels. Bei den Barrels? Ach, die Kiste? Äh... Okay. Wir brauchen Nahrung. Nebenbei Spawnteln ist das halt überall Kram. Vorwiegend Animal, hm? Ja, hier kam auch grad ne Spinne aus dem Nichts und hat mich angegriffen. Schön. So'n blödes Chi. Aus irgendeinem Grund bezweiflich, dass du die Spinner gemeint hast. Na das nenn ich immer schon Effekte hier. Haben wir kein Materials in You mehr? Ach, sollten wir eigentlich. Eins haben wir, glaub ich, noch da. Ich hab mir eins gecraftet und das hab ich im Inventar. Ja. Ja, her damit. Ja, warte. Du komm zu mir. Nee. Komm zu mir. Ja. Das trägt ja direkt nichts, okay. Warum spawnen hier Creeper und so weiter unten? Es ist doch nur wirklich hell genug. Wo ist diese scheiß Invasbike jetzt hin? Wo bist du hin? Wo bist du hin? Ah. Äh. Ja. Warte. Ich leg's mal noch so hin. Warte, kriegste. Da. Danke. Okay. Ach, vielleicht wurde die schon abtransportiert. Ja. So, wie war das hier nochmal? Da glaubst du ihn direkt dran, okay? Okay. Ich frag mich, ob diese Super-Axt hier von mir auch bei diesen Greatwood-Bäumen funktioniert. Hatten wir da nicht ein Zeppling dafür? Mehrere. Mehrere sogar. Können sie mal rein theoretisch probieren. Huch! Der platziert die Invasbikes falsch rum. Okay. Das schaut witzig aus. Die Frage ist, funktionieren die noch? Das kann man bestimmt noch einstellen. Soll ich mir wetten. Funktionieren tun sie noch, aber sind halt falsch rum. Ist doch egal. Design ist da oben noch wirklich nebensächlich. Wo ist jetzt die Invasbike hin? Ah, okay. Nein, kann man nicht mehr einstellen. Schaden tun sie aber nur dann von unten, was dann komisch ist. Also funktionieren sie doch nicht mehr. Anscheinend nicht. Hm. Oder kann man das irgendwie einstellen in der Drawbridge? Ja. Vielleicht noch 6 Minuten, das sollte gerade so noch reichen. Was machen dann diese doofen Pfeile? Welche Pfeile? Also die, die zeigen welche Richtung die outputtet. Warum kann ich die denn anklicken? Weil du eben damit auswählst, welche Richtung die outputtet. Nein. Doch, ich mein schon. Nein. Und dann? Nein. Sondern machen die eigentlich gar nichts. Aha. The rule of dislocation, weil Blut ja so verdammt dickflüssig ist. Hm. So. Ähm. Das ist doch. Ja. Warum platziert er die falsch rum? Das ist doch voll unlogisch. Naja. Das sind halt wahrscheinlich die metadata, die ja in der Bildreiung verwendet werden. Ja. Ebenfalls scheint eine Windziemere im Blut im Altar schon drin zu sein. Hm. Hm. Ja, das ist jetzt doof. Hm. Gibt's nicht noch eine andere Möglichkeit, die sie zu platzieren? Nicht, dass ich wüsste. Nein. Ein klarer Blockplacer. So. Der ist dann auch wieder im Weg. Hm. 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 Ja. Aua. Und das Mikro geht den Bach runter. Was? Ja. Man merkt's. Sollte es eigentlich nicht. Ja, tut's aber. Welter. Warum eigentlich den Bach runter? Existiert aber. Weil ihr den anderen Ausdruck nicht verwenden wollt. Wird kaputt. Wird kaputt. Jeder im Arsch. Wo ist das Problem dabei? Warum macht es nicht mehr... Achso. Gern geschehen. Du hast überhaupt nichts gemacht. Hör auf zu fliegen, ansonsten hau ich dich. Kannst du gar nicht. Ich bin aushalb deiner Reichweite. Ich hau dich mental. Das ist mir egal. Noch. Wird auch noch ne Weile bleiben. Warte nur ab, bis ich 50.000 Salat habe, dann hast du so ein Problem. Weil? Weil die dann alle gleichzeitig dir in den Magen gepumpt werden. Das bezweifle ich irgendwie. Besser als Hündbrüllen. Ja, die landen auch über ne Magen. Daran denkst auch nur du. Bei 50.000 Stück? Ich hab nichts gesagt. Ich hab nichts gesagt. Ne, ne. Du, du. Marcin, wird der Leiter von Jadet aufgefressen vorher. Ja. Ja, steht dir. Müsst euch auch mal die Quests durchlesen, denn... Nee. Durchlesen? Hallo. Lesen ist doch doof. Lesen ist ne Sache, das bringt man seinen Kindern heutzutage gar nicht mehr bei. Das ist altmodisch. Ach so. Das geht gar nicht. Lesen ist fast so schlimm wie Atmen. Nur fast. Eben. Aber da man im Atmen leider schlecht rund kommt, ohne dabei zu sterben. Och, es soll Leute geben. Das stimmt. Es gibt sogar Leute. Das soll nicht nur Leute geben. Es gibt sogar tatsächlich Leute. Mhm. Ich kenn sogar ein oder zwei Leute. Glaub's doch gar nicht. Weil man sich so nicht immer so ganz sicher sein kann. Huch. Ein Chest. Hm. Wehtun tut's schon mal. Ja, ich glaub da müssen wir wieder Punchy Sticks benutzen, aber die machen halt dann keine Special Drops. Gut. Die Special Drops drauf noch, glaub ich, nur für Ender Skulls, oder? Nee, für Miniature Red Hearts, für so ziemlich alles. Witherskulls. Die Miniature Red Hearts haben wir aber eigentlich mittlerweile recht genug. Ja, nicht genug, um alle unsere Herzen zu craften. Wir haben 20, 21 Stück davon. Dann haben wir hier noch. Ne, hier haben wir momentan keins mehr drin. Aber wir haben auch, glaub ich, noch ein paar Stück im MI-System. Schau mal kurz nach. Naja. Denn sonst mach eben Punchy Sticks da so lange dran, wie wir noch Blut brauchen. Ja, wir haben auch noch 10 Stück hier drin. Das heißt, wir haben jetzt noch 30 Stück, das reicht. Weil die großen kann man eh nicht mehr craften, momentan. Das lassen sich nur die kleinen craften. Ach, die Hühner sind so schön produktiv. So, und da ich noch ein paar Herzen rumliegen gesehen hab. 157, 158. Ist das nicht toll? Ja. Ungläublich toll. 158,5. Wenn jeder von uns über 50 mal sterben, wenn wir einen von uns abrechnen, der nicht mitzählt, weil er einfach das nicht wert ist, mitgezählt zu werden. Ja. Wer? Wen meinst du da? Sie selbst. Er läuft unter den Namen Sand. Der Sand. $$% kept con us to ! Du bist so zu zerst? 5 Ego 96, Ourpath. Ich hatte mich gerade entschieden, bei dem Altar, den die Metro Station runter zu rennen, Winni Ayo Colombia. Und während, Murray bin ich gerade fast ins nichts gerannt. War ja einfach nicht so zu von einem Jahr? War ja überhaupt keinémentā fürускat Alan Winderungsger Booth... Ich hätt' doch Frank gesagt, dass das total fehlplatziert ist, und ich dann durchbauen muss. Als kannst du einfach nur weiter runter bauen. müssen. Ich hab's auch weiter runter gebaut. Ich hab da erstmal zwei Heusblöcke hingesetzt, damit man nicht runterfällt, wenn man hinläuft, ne? Haben wir noch eine Magnum Torch? Mein Bau war sich? Ich glaub nicht. Brauch aber eine. Ja, dann bau eine. Geht aber nicht, oder? Ja, die ist sau teuer und sau anstrengend. Tja, dann bau keine. Diese Logik. Ja, ich weiß, das war ja auch logisch. Ich merks. Ich ahm. Ja, die haben doch bestimmt portion of feeling, haben wir doch garantiert. Ja, aber nicht die, wir haben nur die anderen da. Anderen? Naja. Naja, dann bau ich's eben anders. Lass die Monster erstmal runterfallen. Hier, egal. Dann müssen wir sehen können, ob es funktioniert. Nö. Ach gut. Warum ist hier oben keine Crafting Bench? Weil wir keine brauchten. Doch. Wir brauchen immer eine. Überall. Okay, was machst du eigentlich? Der muss halt beim Markt nicht zusehen? Ähm, unter anderem. Momentan researche ich gerade noch ein paar Charts, um da die Sachen rauszukriegen. Ich hab so einen Woundfocus auf Warding, der vielleicht so langsam gar nicht mal so angebracht. Woundfocus auf Warding, warum das? Wegen Wither. Das ging nun wegen Begans, wegen Tier 5 und wegen aller anderen Sachen, die man mit dem Wither-Sklasse wunderbar machen kann. Jetzt mal schon, bis ich sage Generator, aber noch nicht Energie haben. Den Woundfocus auf Warding, dafür muss ich aber Infusion betreiben. Und dafür brauchen wir Neta-Stern. Brauchen wir? Ja. Ja. Also, erledigt sich das. 35%. Warum ist so so langsam? Wie sieht's eigentlich inzwischen mit Kupfer aus? Haben auch wieder keins, ne? Hier. Du hast deinen Kupfer, was du von dir schon wieder abgeworfen hast? Na da. Ich hab das da schon reingeschubst, alles, ja. Wir brauchen noch... zu viel. Geht doch einfach nochmal abbauen. Muss ich wohl im Endeffekt, ja. Okay, Party. Hey, Party. Hä? Wieso? Ich lass dir alle runterfallen. Ah, okay. Jetzt fliegen. Haben wir noch Treppen? Hui, die fliegen schnell. Mal ausprobieren, ob das jetzt auch noch funzt. Ja, das scheint noch zu funzen. Was denn? Dass die dir alle schön brav sterben, an den Punchy-Sticks. Kann ich da eigentlich in den Blatt-Alter-Dingens reinlatschen? Äh, ja. Du darfst da keinen Schaden von bekommen. Okay, weil da dürften jetzt ein paar In-Boss-Bikes drin sein. Kann ich das halt einfach hier aufreißen? Äh, ja. Hui, das war viel. Was denn? Ah, die spinnen, die schweben drin. Ja, okay, die fallen mit der Zeit runter. So, die sind mir auch relativ egal. Hier geht's gar, wie man am Intelligentesten hier runterbaut. Hast du noch fliegen? Ich kann noch, ja, ich hab noch. Hier mal fliegen. Da. Okay. Also, kann man die Treppen mit der Menschen hier auch umdrehen? Ja. Ja, die droppen hier unten halt jetzt zusammen das ganze Zeug, ne? Ja, droppt da was, weil... Ich glaube. Oder nicht. Ich bin nicht so sicher. Oh, warum musstest du das aus Holz bauen? Da komme ich jetzt überhaupt nicht mehr gescheit rein. Warum? Ja, weil meine Axt sechs Holz auf einmal wegmacht. Und ich kann's nicht anders einstellen. Jetzt mal was Vernünftiges investiert. Mach doch mal Shift und drück abbauen. Geht das nicht? Mach doch trotzdem sechs. Garde. Und Steuerung? Ne, mach doch immer noch sechs. Boah, das ist ja doof. Ne, der macht sogar neun. Wow. Dass, was aber das ist Sounds. Doch. Vielen Dank.